Ich war ja noch gar nicht bereit, ich war ja am lesen, hallo? Nein, ich hab keinen Ausvergabescheiß. Was hast du denn gelesen? So, Silke, viel Spaß. Ciao. Ja, tschö. Er hat jetzt entweder Doktor oder Spucktante, irgendwas, was ich gar nicht leiden kann. Irgendwas Böses, ja, ja, davon, ja. Eine von den beiden. Wobei die Spucktante ja, gut, klar, es ist scheiße, wenn sie dich getroffen hat, dann musst du dich eigentlich erst mal irgendwie wieder... Ja, vor allem, das Problem ist, Michael Myers, da kommst du noch von weg. Also es sei denn, er hat diesen Sprintboost, wenn er den zwischenzeitlich drin hat. Den nehmen, glaube ich, alle, wenn sie Michael Myers haben, damit sie halt schneller vorankommen. Aber, ähm, wenn die spuckt, da hat der Schrottplatz. Ich bin direkt im Auskommen, okay. Hier ist wieder kein... Doch, du bist da, Schatz, hallo. Ich geh hinter dich, komm. Du gehst hinter mich? Ja. Oder der hat den Geist genommen, der sagt... Ach, er hat die Spucktante. Hier sind die Brunnen. Spucktante. Weißt du, warum fragt ihr überhaupt, wenn er sowieso das macht, was wir nicht wollen? Da hinten ist er. Scheiße. Wo? Äh, der bespuckt gerade den Generator vor uns. Brauchen wir nicht mehr hingehen. Oh, jetzt ist er links rum? Doch, da können wir hingehen, den kannst du trotzdem machen. Ja. Ja, aber das ist doch scheiße. Hä? Hinten hat der auch schon bespuckt? Ja, aber wir müssen ja welche machen, das bringt uns ja nicht in die Kästen. Ist wieder da? Oh, oh. Oh. Der spuckt hier um sich. Was macht der denn? Ey, der bespuckt alles. Ja, aber der muss mich doch gesehen haben beim Drehen. Ja, normal schon, ne? Vielleicht hat er gesagt, oh, das ist der Papa. Der packt das nicht, wenn ich ihn anspucke. Da ist er. Miss. Hinterm Baum, rechts von dir. Oh, fuck, fuck, fuck. Wieso immer ich als Erster? Das ist so scheiße, ey. Weil er wahrscheinlich gesehen hat, wie du dich da bewegt hast, aber nicht wie ich mich bewegt hat. Oh, nee. Jetzt bin ich extra weit weggelaufen, damit er mich nicht sieht und du bist direkt vor meiner Nase. Ja, geil. Wir sind hier aber zu zweit, also. Oh, oh. Ich komm zu dir. Hier ist auch ein Generator, den er noch nicht bespuckt hat. Siehst du, Schatz? Ich hole dich raus, auch wenn du totale Krätze hast. Dankeschön. Hier ist ein Brunnen, schnell. Ja, will ich ja hin, aber ich will nicht laufen. Ja, der war direkt neben dir. Jetzt bist du weg. Was machst du denn? Ja, hier ist einer. Das ist ein Generator. Hier ist auch ein Generator. Ja, ich verstehe nicht, warum du den Brunnen nicht genommen hast. Du standst direkt daneben und gehst dann weiter. Ja und, der ist doch eh beschäftigt gerade. Ja, das habe ich aber nicht gesehen. Oh, der Sack, hast du gesehen, was er gemacht hat? Der hat nur die Dinger weggemacht vor dem Generator. Ah, er kommt, er kommt. Ne, er spuckt da hinten rum. Oh, 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 hat er mich jetzt gesehen? Fuck. Hat er dich gesehen? Ja. Ich bin hinter euch. Nein! Oh, du bist so blöd, du lässt mir mal entgegen. Oh Mann. Oh Mann. Er ist doch doof, wenn ich die ganze Zeit von dem abhauen muss. Er macht alles kaputt. Ja. Ach, da ist er. Spuckt da rum. Er geht rechts rum. Oh, oh, oh. Oh, oh. Weißt du das? Ja, ja. So, beim dritten? Nein! Beim dritten wird das S größer. Ja, ja. Oh, er kommt. Er kommt wieder zu uns. Er kommt, er kommt hier runter. Achtung! Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Scheiße! So kurz davor. Der ist fast fertig. Schnell an den Generator. Oh, nee. Pass auf. Nein, jetzt bespuckt er den. Das war so klar. Ich hab gedacht, den krieg ich noch, bevor der mich da wegzieht. Kannst du mich doof angucken? Nils! Komm zu dir, pass auf. Links von mir. Jetzt im Ausgang geht er mir vorbei. Spuckt Türball rum. Irgendwie schwarz. Geht einmal eine größere Runde. Nee, kommt wieder, kommt wieder. Er hat mich in der Zeit befreien müssen. Er kommt drum nicht rum. Oh, hatte ich nicht gesehen. Glück gehabt. Oh, fuck, 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 fuck. Hat der mich jetzt gesehen? Der ist voll auf dich fix hier. Scheiße! Ja, ja. Ja, ja. Hat mich. Du hattest wahrscheinlich gedacht, ich bin weg. Hoffe ich zumindest. Ja, ich bin jetzt weg. Ich bin schon wieder tot, ey. Das ist so viel Scheiße. Du bist richtig tot jetzt, ja? Warst du schon? Ja, du klar, ich hab dich ja geholt. Ich kann noch einmal Dings nehmen, glaube ich. Jetzt bleibt der Sack da stehen, ey. Der Camper. Ja, und sie ist sich dann am beschweren, weißt du? Ist der jetzt weg oder ist er auch da? Hast du den Generator eigentlich noch fertig gemacht? Schnell, ist der da? Ich seh ihn nicht. Ich kann noch nicht gucken. Ja, ich steh doch direkt neben dir. Ja. Die Musik ist noch dramatisch. Vorne hättest du machen können. Nee, ich konnte die nicht fertig machen. Das war's, ja. Sie kommt. Oh, 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 ja. Sie kommt, weißt du? Dein Sohn, sie kommt. Ja, geil, ey. Ja, aber beim nächsten Mal bist du tot, glaube ich. Ich bin tot. Aber die anderen haben auch noch keinen einzigen. Noch jetzt haben sie einen gemacht. Lass mich an den Generator. Aber der bespuckt den jetzt, wetten. Nein! Danke für die Aufnahme. Wir müssen rausfahren. Kann ich nicht. Was ist der? Der ist bei dir hinter dir. Ja! Ich hab's geschafft, den zu stunnen. Nenn mich Gott. Nein! Nein, 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 nein! Oh, die ist nicht gelaufen, die Scheißkuh. Mann! Ich hab in die andere Richtung gezielt. Ach, ich bin neben dem Haken. Ja, dann bringt das nichts. Das hab ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, ja, geil. Ich hab da noch gar nicht gehangen. Oh, ja, geil. Oder? Ne, du hast mich doch eben... Doch, doch. Echt? Doch, einmal, ja. Ich hab dich doch einmal geholt. Eine versucht... Ne, achso, die andere holte ich schon. Oh Gott. Danke, danke, danke. Aber du sollst nicht hinter dir hergehen. Ah, die hat den anderen. Oh, die hat den... Freund. Der lässt ihn als Opfer... Mann, ich will da vorbei! Scheiße! Ja, ich hab grad noch gesehen meine Blutspuren, ey. Ich glaube, das wird schon wieder so sein, dass diese... Ja, der lässt mich ausbluten, der Sack. Überlebt, ja. Beziehungsweise... Ne, das Gift wird mich wahrscheinlich dahin strecken. Liegt ja beide da. Nein, 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 nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ich bin hier nicht, ich bin hier nicht. Ach, du sag mal, lass mich doch ausbluten! Ich bin hier nicht, ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Ach, du sag mal, lass mich doch ausbluten! Was hab ich gesagt? Da ist ja schon wieder dieser Hasskirche. Ich hab dich gerade angeschrien, lass mich doch ausbluten! Ja, nee, dann wär ja heute gekommen. Ja, hier ist ja keiner weit und breit. Ist ja nur noch einer, der läuft. Die macht jetzt Generator. Na, warte, da sind noch drei Generatoren, deswegen möchte ich die ausbluten lassen. Wenn sie es schafft und die eine stirbt, was jetzt natürlich blöd wär, klar, von wegen Teammate und so, aber wenn sie es schafft, dann war das die gleiche? War auch die Mech, ne? Ähm... Wir sind beide Mechs. Achso. Was war das jetzt? Hä? Dieses Plink? Ja, ich hab meine Ulti aufgelandet. Meine Ulti aufgelandet? Der macht das so ein Plinken bei uns? Ja. Weil das hab ich schon mal öfter gehört, aber... Das macht's auch bei mir, wenn ihr euch halt da an dem Dings an dem... Ne, die Dings trinkt da. Geil doch. An dem Dings. Und die Dings. Und die Dings. Ja, wenn's fertig ist, ja. Ach. Ach, die ist hier auf dem Boden. Ja, weißt du, deswegen würde ich gerne, dass die in Discord kommen. Deswegen würde ich gerne volles Deutsch. Frag doch mal, ob die kommen. Ja, die haben doch angeblich keinen Discord. Ja. Telefonieren die untereinander. Nein. Also, ist jetzt nur eine Vermutung, aber es kann natürlich sein, dass sie jetzt was jünger sind und dass sie deswegen jetzt nicht in den Discord gehen wollen. Ach, was sind? Dass sie was jünger sind. Ja. Man weiß es nicht. Ich mein, es ist weder schlimm... Kannst du nochmal fragen und dann den sagen, der es nicht ausmacht. Ja, ich sag mal, es ist weder schlimm, dass sie halt... Also nicht das, sondern wenn sie halt jünger sind. Ähm. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es jemand gibt, da kein Discord hat. Aber... Ja, doch. Na, doch. Viele nehmen noch TS. Unverständlich, aber... Ah. Mhm. Genau, das hab ich gesehen. Was hast du gesehen? Was hab ich gesehen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach, die ist so... so... der eine Dings... Aber das ist komisch, ähm... Wie geht's denn dir? Gut. Aua. Ach, die war schon wieder? Hä? Ja, die ist doch aufgestanden worden. Ja, aber die hatte doch keinen Balken. Der war doch noch gar nicht... Der fing doch gerade erst an. Aha. So. Ne, ne. So, so. So. Jetzt liegt sie wieder. Ja, aber die ist jetzt instant tot, wenn du sie jetzt dranhängst. Oder? Warte mal. Ich will sie nicht dranhängen. Das ist echt fies. Ja, weil dann ist die Luke offen. Ach so. Ja. Das stimmt allerdings. Das ist dann nicht fies, das ist dann berechnet. Aber uns hast du ja erst auch nicht dran gehangen. Also mich zumindest. Naja, du musst ja auch nur den letzten dann nicht dranhängen. Und ich hab nur euch gewonnen. Also es lag nicht daran, dass ich wirklich auf euch gehen sollte. Ja, weil ich... Ja, ja. Ja, ja. Wenn ich die Taktik jetzt sehe von den... Zumindest von der einen... Ja, aber das haben wir ja auch versucht. Aber jedes Mal, wenn einer versucht hat, den anderen zu heilen... Ja gut. Das schon. Mit nur rumschleichen. Also die machen keine Generatoren, so wie ich das sehe. Ne. Ne. Was war das denn? Bist du gerade gesprungen? Ne. Ich bin wunderbar. Hast du... Oh, ganz schön zappelig unterwegs. Oh. Oh. Aber ich glaube, die versucht, dich so ein bisschen auszutricksen. Ja. Aber, aber du hättest meinen Aufschrei eben hören müssen. Ich hab gesagt, nenn mich Gott, als ich dir das Ding in die Kresse gehauen hab. Ja, genau. Ja. Da hab ich nicht mit gerechnet. Ich hab noch gedacht so, der kommt nicht hier hin. Der kommt nicht hier hin. Dann hab ich gedacht, jetzt. Jetzt oder nie. Oh. Echt? 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 Echt immer normal. Ach, dadurch kriegst du die Ulti? Ja. Ach so. Also, verzeiht mir, dass ich jetzt wieder nichts sage, aber ich will ihm jetzt nicht irgendwie die Chance geben... Danke. ...irgendetwas zu hören, wenn ich rede. Gut, dass ich jetzt weiß, dass sie hier sind in Hallen. Ne, so hat sie ja noch nicht mal geheilt. Ja, aber du hast gesagt, dass ich nichts sagen kann. Ja, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die jetzt da war. Das wollte ich jetzt nur generell sagen. Was? Ah! Hat sie dich gekriegt? Ja! Und das ohne hinzugucken. Hi. 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 Sie ist in den Keller gegangen. Ganz falsch. Wenn du das schon sagst, weiß er doch, dass sie nicht im Keller ist. Ja, jetzt liegen sie beide. Das wäre Empiria, oder? Das ist, glaube ich, die, die den Killer gleich spielen würde. Ja toll, jetzt liegen sie ja beide, was willst du denn? Ja, die eine blutet aus und jetzt kann ich die andere holen. Wo ist denn die? Ja, die ist schon ausgeblutet, die eine. Ach so, die war schon. Wo ist denn die? Das bringt ja jetzt nichts, wenn die böse Füße. Also, sie ist nicht Richtung Keller unterwegs. Also, beziehungsweise nicht im Haus. Sie kann ja nicht so weit von hier entfernt sein eigentlich. Oh, hier. Nein! Nein! Sie ist in die Falltür. Sie ist in die Falltür gegangen. Hoffentlich ist sie in die andere Richtung geläutigend, ey. Scheiße. Ja, es ist in der anderen Richtung. Na geil, ich freue mich, lass ihn kommen, oder? Lass ihn kommen. Ja, ich sag mal, Blutwunten kriegst du jetzt eh nicht dafür. Nee, aber. Nett halt. Nee, komm. Boah, das ist jetzt aber gemein. Das war richtig gemein. Boah, das war fies. Was für ein Assi, ehrlich. Kämpf! Nein! Achso, sie ist ja die Letzte, ja. Ich wollte gerade noch Kämpfe, alleine um den Nils jetzt hier zu ärgern, aber... Du bist nie nett, wenn du der Killer bist. Das weißt du schon, ne? Ah, ich bin immer nett. Aber wieso kriege ich hier Punktzahl? Wenn ich die eh nicht bekomme fürs Blutnetz? Ich hab die auch gekriegt, bitte? Wohl. Nee. Doch! Ich hab die gekriegt, bitte?